hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ich bin gerade im landstuhl bei der liebherr wir haben dienstagmorgen der vierte zehnte wie gesagt im landstuhl bei der liebherr und habe einen sagenhaften dreieinhalb tonnen bagger geladen die stellen immer alles zu hier die jungs katastrophe er geht rüber nach kinsbach ist gerade ein nebendran ja was soll ich sagen vorne vor diesem haus sorry ist meine liebe adresse keiner öffnet die tür das telefon geht auch niemand ein paar mal angerufen da ich fahr jetzt los ich halt falsch bin muss halt noch mal einer her haben wir denn 7 uhr 43 ist es wieder zurück nach landstuhl wie schon gesagt laden und 11 5 56 in radlade und den bringe ich nach neunkirchen da sind wir doch daheim da sind wir doch daheim da sind wir doch daheim gut so, das sieht doch nach Bausteller aus hier kann vorbei es gibt eine kleine Planänderung ich war ja in Neunkirchen leer und bin dann eigentlich auf dem Weg nach Bexbach gewesen war auch schon fast da habe ich einen Anruf bekommen, dass der Teleskoplader in Bexbach defekt sei jetzt bin ich gleich wieder bei uns auf dem Lager im Hof dann lade ich jetzt einen Mellow Teleskoplader mit Korb Gabel nehme ich an Schaufel weiß ich auch nicht genau, muss ich jetzt fragen dann fahre ich den hoch nach Trier hat jetzt natürlich wieder jede Menge Zeit gekostet aber gut, ist halt so wenn ich einen Trier leer habe dann fahre ich zurück nach Bexbach und lade dann dort den Lader den Bobcat Teleskoplader zurück fahre ich hier auf dem Hof eigentlich blöd, ne weil ich war ja schon fast da den hätte ich können gleich mitnehmen hätte ich mir einen Weg erspart aber gut die das ist der der die der die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles von der Deutschen Bahn Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, hier, 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 hier hier soll ich dann später wieder raus so Sollte Mal gucken, ob ich hier gewendet bekomme. Kabel. Ob ich hier drüber fahren darf. Der Absatz hier ist sehr hoch. Gefällt mir nicht. Krieg ich da hinten irgendwo gedreht? Wahrscheinlich auch nicht. Irgendwo aufs Kachel fahren? Geht auch nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt muss ich noch mal raus schnell. Ich bin nicht sicher. Seine Fahrer fahren. Ich sitze auf der anderen Seite. Ja, ich bin der Fall auf der anderen Seite. Ich bin hier vraiment flügt. Ich bin durch und tut wir. Ich gehe jetzt etwas weit. Wenn ich ihn habe, dann werde ich alles gut. Ich gehe den Weg. Ich bin der Weg. Ich hoffe, dass ich hier nochmal rauskomme. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Schön, dass der Bagger sauber ist. Da kommt doch wieder Freude auf. Ich hoffe, dass der Bagger sauber ist. 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 Es ist gleich 11 Uhr. Rechtsrum brauche ich gar nicht zu versuchen. Das schaue ich eh nicht. Ich habe jetzt geladen. Bleib doch jetzt drin hier. Schlimmer wie zu Hause. So, ich fahre damit hoch nach Mainz-Finten. Da muss ich jetzt aber erst nochmal kurz anrufen. Ich würde jetzt mal kurz anrufen. Ich würde das jetzt nicht mehr schaukeln. Schlimmer, wenn ich meine Karten schauke. Dann würde ich noch mal kurz anrufen. Ich würde jetzt mal kurz anrufen. Ich würde mich nicht mehr schlauern. Ich würde mich nicht mehr schlauern. Ich würde mich nicht mehr schlauern. Schauen wir mal, hier hinten drin hatten wir auch schon öfters, oder hatten wir früher auch öfters Arbeit gemacht, Baugruben gemacht. So, ich gehe gleich rechts runter, ich habe da so ein bisschen Wammel, aber ich hoffe, dass das geht, rechtes Mal Halterverbot, das sehe ich schon. Also nett, warum man hier keinen Radbagger hier schafft. So, hier vorne muss ich rechts runter. Mal gucken, na das sieht gut aus. Bis hier her sieht es gut aus, ja. Ja, steht auf der linken Seite, steht natürlich schon. Da ist ein Halterverbot gemacht. Da ist gar nichts gemacht mit Halterverbot. Ja, komm. Komm, also weiter. Ja. Komm, fahr, alles weiter. Alles weiter. Ich sehe da vorne, Halterverbot schilder, ja, aber wie es aussieht, hat sich kein Schuss darum gekümmert. Alter. Das ist doch nur nicht. Alles gut Alles gut Geht mal raus, machen wir das Tor auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020